Es wird heiß. Starship hat immer mehr seiner Testziele erreicht und einem Orbitalflugversuch steht eigentlich nur noch wenig im Weg. Der Flug, der mit Abstand größten und leistungsstärksten Rakete, die je gebaut wurde, könnte unmittelbar bevorstehen. Höchste Zeit, noch einmal auf die von SpaceX geplante Flugroute zu schauen und die Frage zu klären, wer alles den Flug von der Erde aus sehen kann. In dem Video heute gehen wir die von SpaceX bei der FCC eingereichten Testflugparameter durch und überlegen, was sie für die Flugbahn, die Flugzeit und für das Starship bedeuten. So bist du dann prima auf diesen Flug vorbereitet, der historisch Bedeutung erlangen könnte und der mit Sicherheit von SpaceX live übertragen wird.